Ein Schirmständer. Ah nein, das ist der Pokal von letztem Jahr. Sehr schöne Erinnerungen, wirklich eine sehr schöne Zeit. Aber jetzt ist es leider schon Vergangenheit und das gilt es dieses Jahr zu verteidigen. Ferien? Ja, für das arbeiten wir alle. Ich arbeite und dann endlich in die wohlverdienten Ferien. Ich persönlich gehe nach der Saison immer sehr gerne noch etwas weiter weg. Ich gehe die Kultur und das Land erkunden und immer einen Strand muss es haben. In den kurzen Hosen und in den Flipfloppen, weil ich dann schon rumlaufe nach der langen Eissaison. Hamburger oder Essen? Ja, Hamburger habe ich schon sehr gerne, aber es gibt andere Sachen, die ich lieber habe. Die Silberkugeln sind mir viel gegangen, das ist geil. Aber so ein Mäck und so, muss ich ehrlich sagen, ist nicht so mein Ding. Ach! Darum bin ich kein Goalie geworden. Jassen. Das mache ich sehr gerne, allerdings nur auf dem Heimweg. Auf dem Heimweg an das Spiel schlafe ich lieber etwas. Auf dem Heimweg ist ein sehr guter Zeitvertrieb, damit man dann nicht zwei Stunden im Kar rum sitzen und nichts zu tun hat. Schöner Spass. Walter Scheibli ist mir ein Begriff, seit ich keine Ahnung an Radio und an Hockey denke. Unglaublich intensive Interviews führt er. Er ist mit vollem Herz dabei, ein richtiger ZSC Fan und in meinen Augen der beste Journalist im Radio. Hallenstadion. Wunderkerzli, Play-Off-Stimmung. Unbeschreiblich. Sehr, sehr schöne Zeit. Sehr viele Emotionen. Ich würde sagen, der beste Ort zum Play-Off-Finale spielen ist das Hallenstadion. Das ist das Grossmünster. Das Frau Münster hat nur eines. Umgekehrt das Grossmünster. Es sind wie zwei. Hä? Wie kommen Sie daraus? Ja, Stadt Zürich. Meine Heimat. Ich wohne sehr, sehr gerne da. Ich bin auch stolz, für die Stadt Hockey zu spielen. Ich fühle mich wohl und denke, ich werde noch einige Jahre hier in dieser Stadt wohnen und verbringen. Pamela Anderson. Sicher in meinen Jugendjahren Baywatch und so. Ich bin auch die Traumfrau. Heutzutage muss ich allerdings sagen, ich bin keine Traumfrau mehr. Eigentlich ist sie auch gar nicht so schön. ZSC Lenz TV. Das beste Internet TV der ganzen Schweiz. Der Segi im Tram. Viele Leute haben gedacht, das ist irgendwie ein Werbegag. Aber so ist er. So ist der Segi. Authentisch bis aufs Blut. Und so sind wir, der ZSC. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Das ist ein Werbegag. Untertitelung des ZDF, 2020